Eine Nacht allein im Kaufhaus und freie Auswahl in allen Abteilungen. In der Galeria Kaufhof am Berliner Alexanderplatz dürfen zwei junge Paare in einer Stunde 5000 Euro verschoppen. Einziger Haken, unsere Kandidaten müssen alle Preise im Kopf addieren. Ich rechne, du so läufst. Ne, das stimmt nicht. 935, 1035 plus 80. Und schon wieder habe ich vergessen, was ich gerechnet habe. Kaufrausch pur, alles darf eingepackt werden. Wer am nächsten an 5000 Euro herankommt, kann alles behalten. Wer die 5000 Euro Marke sprengt, geht mit leeren Händen heim. Nein, macht es nicht, wir sind drüber, lieber drunter als drüber. Macht es nicht, bitte nicht, dann haben wir verloren. Wie viel hatte ich gerade gesagt? Du hörst mir gar nichts zu, ist egal. Was machst du denn da? 220. Um Mitternacht geht es zur Abrechnung und hier zeigt sich, welches Paar dem Shopping-Stress wirklich gewachsen ist. Wer liegt am nächsten an 5000 Euro und geht mit vollen Taschen nach Hause? Und jetzt haben wir am nächsten Mal. Vielen Dank.